Hallo Leute, wir sind hier in Dwarf Fortas. Hier oben ist der Ube Kulis Trul Verele Lama. Den müssen wir jetzt bekämpfen. Ihr schauts Logo und dann wollen wir mal gucken, dass wir das irgendwie hinkriegen. Mal schauen, ob wir Sterbende haben. Hoffentlich keine Kinder und unseren Squad werden wir aktivieren müssen. So, ein Blick hier oben ist 56 Population und dann müssen wir mal gucken, die Squad rausholen. Auswählen. Oh, da fehlt sogar einer dran. Back to Squad. Also wir müssen hier aktivieren. Und dann suchen wir unseren Gegner, der da ist. Ein Target. Confirm. Sieht man auch wer? Ah ja, hier oben. Ok, und das bedeutet, wo ist der jetzt so schnell hingelaufen? Jetzt noch was passiert. Örushital Sitche Engineer Has Created Charlie Duda a Magnetin Amoled. Ok, alles klar. Lancers of Admination. Ok. Stopp. Da oben ist er. Da greift er den an. Was mit dem? Der wird wahrscheinlich kein Kämpfer sein. Ich kann dem nichts sagen. Ok, kann er abhauen. Kriegt trotzdem eine auf der Nase. Aber hier sind unser Kämpfer. Ok. Ich wollte näher ran. Aber er lebt noch. Wir haben noch 56. Ok. Es sind noch 56 und ich sehe das Monster nicht mehr. Haben wir ihn erwischt ohne jemanden zu verlieren? Das sieht wohl so aus. Ne? Was ist er denn jetzt? Da ist er. Da ist der Korps. Der Körper von dem Viech. Ok, das hat ja gut geklappt oder? Da haben wir uns ja verteidigt. Sehr schön. Gut, wir haben mit Schlimmeren gerechnet. Wird der irgendwo beherrlicht? Das ist die Frage, ne? Eigentlich hier unten. Wo war das? Irgendwo war doch hier. Ja, müssen wir mal schauen. Weiß ich nicht. Was machen wir jetzt als nächstes? Das ist dann die Frage, ne? Ein bisschen rauszoomen. Erstmal hier nachgucken. Spiting. 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 Kann man weg machen. Weil das ist ja durch. Fischer Dissenskanzler. Pantpastur. Straybani. Interrupted by Erwerlem. Ok, der ist angegriffen worden. Deswegen konnte er das nicht zu Ende bringen. Auch gut. Erred has become a stone crafter. Ok. Ok. Switching engineers created. Ah, das war das mit dem Magnetit Amulett. Auch erledigt. Spiting. Militär Commander. Zwei mal. Ok. Das ist durch. Das ist tragic. Ok, das waren die Schlachtgeschichten. Und hier, Kit. Oh, wir haben doch einen verloren. Oh, der ist aber doof. Wo ist der verloren? Wahrscheinlich dann hier, ne? Dann ist er wahrscheinlich an seinen Verletzungen erlegen, oder? Wo ist er denn? Hm. Der ist stark verletzt. Das heißt, wir müssten jetzt eigentlich gucken, dass wir irgendwie ein Krankenbett oder sowas haben, ne? Oh, da haben wir uns noch gar keine Gedanken drum gemacht, kann das sein? Gibt's sowas? Also gibt's bestimmt, ne? Ja. Workshops, aber wo? Na ja, Farming, Wellness, Ashery, Hospital oder sowas brauchen wir, ne? Manager? Ne. Da gibt's einen Schalter, Quelle, also einen Brunnen. Ah, das wird wahrscheinlich unter Zonen laufen, ne? Office, Sandfishing, Dungeon. Ist das hier die Dormatory? Ne, eigentlich. Sandfishing. Ne, dann ist das da auch nicht so. Was haben wir denn noch? Burrows. Muss mal eine andere Taste nehmen. Was denn wenn ich hier Burrows mache, was kann ich denn da für Burrows machen? So. Click the Player to Pencil Burrows. Will ich ja gar nicht. Irgendwas war jetzt falsch, oder? Ah, das weiß ich nicht, was das ist in Burrows. Das ist schlecht. Set Hauling Roads for Mine Cards, ja. Move Mining, Woodcutting, Plantgazing und sowas. Ne, das ist vorhin noch nicht. Play Structures and Work Areas. Workshop. Da ist jetzt nichts was ich sagen würde, das ist es. Furniture. Furniture. Flexion Bench, Streckbank, das wäre für Knochenbrüche glaube ich richtig, ne? Doors ist klar. Constructions. Da ist jetzt auch nichts bei. Käfige ist klar, Traps brauchen wir nicht fallen jetzt. Und hier ist ja Weapon Rack und so, Trade Depot, brauchen wir auch nicht. Wir müssten jetzt erstmal schauen, dass wir eine Erkrankungsstation kriegen, aber... das hier übersehen, Meeting Area. Dungeon, Fishing, Sand, Office. Damit wir jetzt einen Schlafensaal, ne? Meeting Area. Gibt es da verschiedene? Nein. Mach das mal weg. Das ist ja der Bereich, den ich dann eingrenzen kann, wo die hinlaufen, ne? Das Stockpalz ist auch klar, den wollen wir nicht. Ja, da bin ich jetzt gerade mal überfragt, ne? Ich glaube, da müssen wir uns noch drum kümmern im Krankenhaus. Das müssen wir wohl in der nächsten Folge noch geklärt haben, wenn... Aber eigentlich brauchen wir es ja jetzt, ne? Ja. Was war das, ne? Das ist alles nicht das, was ich jetzt gerade will. So, das ist weg. Ja, ich bin mal wieder vollkommen überfragt, ne? Trittepot war es natürlich nicht, ne? Workshops. Hier geht es noch weiter bei den Workshops, ne? Closing and Leather. Closing and Leather. Das ist das aber alles nicht. Farming wird es ja auch nicht sein. Obwohl, so eine Nestbox hätte ich ja jetzt auch nicht hier gefunden, ne? Das ist alles nicht das, was ich haben will. Und hier gibt es jetzt auch kein Krankenbett oder sowas, ne? Das hier vielleicht. Needs Traction Bench. Wir müssen erstmal eine Traction Bench machen, ne? Needs Traction Bench. Okay. Jetzt ist die Frage. Jetzt ist die Frage. Cage, Cascade, Chair, Chest, Scratch, Scratch. Dann müssen wir mal Scratch machen jetzt gerade. Für den, damit der wieder laufen kann, falls was gebrochen ist. Ich weiß aber nicht, ob was gebrochen ist, ne? Das war's jetzt nicht. Nein, wir müssen anders scrollen, anders uns bewegen. Custard Workshop. Was kommt man da machen? Dekorieren. Da ist es auch nicht bei. Still, brauchen wir nicht. Kitchen ist es nicht. Butcher Shop ist es eher auch nicht. Celery. Okay. Ja, das ist jetzt schwierig. Ich weiß nicht, wie es weitergeht. Drehe ich den einer irgendwo vielleicht noch hin? Eigentlich brauchen wir jetzt einen Arzt, ne? Ich mag zu dressen, ja. Wo ist denn jetzt der Verwundete? Kann ich das hier sehen? Places? Bedroom ist klar. Work Orders. Vakant. Schief Medical Draft. Hat ja auch gut geklappt dann, ne? No relevant skills. Keiner, oder was? Können wir auch gerne haben. Wahrscheinlich ist der schon bei der ersten Rutsche gestorben, oder so? Objekte? Objekte? Ne, das will ich jetzt nicht. Von einem Hospital. Ja, genau. here you can view your nobles as well as...ja wahrscheinlich geht das nicht weil ich keinen Chief Medical Dwarf habe wenn ich einfach einen nehme das ist jetzt nicht so wichtig glaube wir müssten einfach erstmal eine Zone vielleicht irgendwo haben dafür oder? ich würde das hier schon als Krankenhaus nehmen oder da oben lassen hier ist noch ein bisschen Erde wo ich etwas anpflanzen kann Office Animal Trash das ist Importen zu und das Value okay das ist eine Reverser-to-Schlüssel-Age-to-Schlüssel-Age-to-Schlüssel Ah da ist es, die brauchen wir, alles klar das heißt wir machen das und dann Accept und dann müssen wir das hier aussuchen oder was? New Hospital so das haben wir jetzt und dann Set Details for the Assigned Location Ah da müssen Klamotten rein aber da haben wir nicht alles für wahrscheinlich Okay aber das kann man ja da alles hinbringen Buckets 10 Eimerlein für frisches Wasser Seifert, Seifert haben wir nicht Doktor, haben wir auch nicht ne? Ah der ist ein adequate surgeon ist noch ein Doktor? Nö Ah da war das ne? Der Glossier Zierer haben wir auch keinen ne? Nö Bone Doctor, da ist ein Bone Doctor Den habe ich doch gerade ausgesucht, ne? Mal das ganze, achso es gibt zwei Bon-Doktor, zwei. Warte mal, was war das jetzt? Achso ein einfacher Doktor wahrscheinlich, ne? Okay, ich kann immer nur einen von beiden aussuchen, Surgeon. Tatsächlich sogar nur einen gerade. Hm, ein Bon-Doktor haben wir, ein Surgeon haben wir, ein Gnostics haben wir, ein Doktor, ein reiner Doktor. Okay, das Doktor. Aber warte mal, der Bon-Doktor, Highmaster Bon-Doktor, nehmen wir lieber den. Und da würde ich den Surgeon nehmen. Aber, eigentlich macht das keinen Sinn, weil wir den ja hier brauchen. Hm, ich lass das mal so. Okay, dann ist das schon mal geklärt. Jetzt ist das natürlich weg. Da ist es. Das ist das jetzt, ne? Ich weiß gar nicht, wofür das ist. Okay, Hospitler. Achso, das ist die andere Dingens, weil das mehrere Bereiche hier gibt. So, das heißt, wir haben keine Buckets hier, wir haben ja gar nichts drin, das muss da noch rein, ne? Carpenter, create, buckets. Repeate das mal ein bisschen. Mac, Wooten, Buckets. Betten haben wir hier ohne Ende drin, aber keine Buckets. Da ist der erste Chestnut Bucket. Die Frage, ah, guck mal, der ist da schon tatsächlich ins Hospital reingebracht worden, oder? Ja. Würde es Sinn machen, da ein Bett hinzustellen? Vielleicht machen wir das. Furniture, Bett. Zack. Oh, der verblutet da. Bringt den einer ins Bett vielleicht? Oh, ein Baby ist geboren. Ein Junge. Neat Thread, okay. Neat Thread. Stonecracker, ganze Sleep Seeking Infant, okay. Da sind irgendwelche Leute geschlachtet. Und der war tot gefunden. Das ist die Frage, wie kriegen wir den hier wieder tippitoppi hin? Wahrscheinlich gar nicht, ne? Okay, müssen wir in der nächsten Folge hinmachen. Ich sage mal recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abon macht, eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke. Dann kriegt ihr mit wenigstens das Video. Leider gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao. 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 Ciao.